Seit mehr als vier Jahren warte ich auf diesen einen Moment. Die Zukunft von Shisha ist elektrisch. Und dazu gibt es heute meinen ersten Eindruck von der Enzo. Eine so schöne Verpackung sieht man wirklich nicht alle Tage. Ein magnetischer Deckel mit Luftlöchern sieht man doch gerne. Bowl und Gerät sind einfach trennbar und die Schlauchanschlüsse sind beweglich. Auf der Rückseite ein Lautsprecher, den man an und aus machen kann und den Netzanschluss. Externe Akkus sind natürlich ein absoluter Game Changer. In der Verpackung finden wir aber noch mehr. Ein gut durchdachtes Reinigungstool sowie ein Picker aus Edelstahl. Das Mundstück hat noch eine Silikonschicht, die man auch abmachen kann. Zusammen mit einem Mauftipp und dem hochwertigen Schlauf wirklich sehr gut verarbeitet. Der Blow-Off ist hochwertig, aber auch ziemlich schlicht gehalten. Es kommen Silikonplättchen, um den Durchzug zu vermindern. Und eine Art Gabel, die wirklich gut verarbeitet ist aus Holz, womit man die Cups anheben kann. Diese sind aus Aluminium und es gibt zehn Stück. Darüber hinaus gibt es zwei aus Keramik und Kopfbauplättchen sowie das Reinigungstool. In den Cups kann man natürlich alles reinmachen, was das Herz begehrt. Und sowohl mit 12 Gramm und den dazugehörigen Tools für den Kopfbau, für einen optimalen Durchzug, kann man natürlich auch ganz entspannt mit 8 Gramm und Virginia. Hier wurde an alles gedacht. Und selbst der Netzanschluss ist sehr hochwertig. Wir brauchen natürlich das richtige Setting hier, deswegen gibt es jetzt auch das erste Köpfchen für mich. Dazu nehmen wir den alten Pot raus. Der ist jetzt kalt. Ich hätte das jetzt nicht unbedingt mit dem Accessoire hier machen müssen. Das Ganze geben wir jetzt in die Heizungsphase. Und dann kann man an diesem Regler hier seine Hitze einstellen. Ich glaube, ihr werdet mir dabei zustimmen, dass hier optisch wirklich nichts Vergleichbares auf dem Markt ist. Nicht nur, dass sie gut aussieht, sondern die Materialien sind auch ziemlich gut. Eine Zinkligierung. Nicht so wie bei anderen Staubsaugern. Den Durchzug seht ihr gleich nochmal in Action, beziehungsweise hört ihn auch. Aber ich kann definitiv sagen, wenn wir um elektrische Pfeifen sprechen, dann ist das der beste Durchzug, den ich je gesehen habe. Es ist auf jeden Fall im angenehmen Bereich. Je nachdem, was ihr in den Kopf gebaut habt, hat man natürlich auch verschiedene Rauchentwicklungen. Die ist nicht vergleichbar mit einer normalen Shisha. Das Rauchvolumen, würde ich jetzt sagen, ist einfach 80% von dem, was eigentlich möglich ist. Und ihr kennt nicht, viel Kohlen, Vollkontakt meistens, Dark Blend. Da kommen dicke Wolken raus. Deswegen heiße ich auch Angel Cloud. Was aber anders ist, ist der Geschmack. Weil es ist viel intensiver. Es ist geisteskrank. Darüber hinaus haben wir auch keine Kohlenmonoxid-Entstehung, da wir ja keine Kohle verwenden. Das Ganze funktioniert rein elektrisch. Das ist nicht nur gesundheitlich gut, das ist auch hitzetechnisch gut. Denn gerade jetzt im Sommer, gerade die letzten Tage waren die wirklich unaushaltbar. Wie mal lang und so, voll erschrocken. Erster Test, kommt noch nichts. Ich bin ja ein kleiner Datenfreak und ich habe ein Luftqualitätsmessgerät. Und es sind teilweise 10 Grad Unterschied. Und nicht nur das, auch der Kohlenmonoxid ist nicht da. Bei einer gewöhnlichen Pfeifensession mit Kohle können wir hier schon auf einen Wert von über 20 kommen, was definitiv gesundheitsschädlich ist. Deswegen habe ich auch eine DIY-Abzugsanlage im Wohnzimmer errichtet. Und da halt trotzdem genießen zu können, aber mich nicht weiteren Gefahren auszusetzen. Das ist hier kein Problem mehr. Und man kann auch einfach den Kopf abnehmen und jetzt einmal nochmal umrühren, falls es doch zu einem verbrannten Geschmack kommt. Das hat natürlich noch mehrere Vorteile, da man den Geschmack immer wieder aufs nächste Level bekommt. Und die Akkulaufzeit beläuft sich ja auf zwei Stunden. Und diese zwei Stunden kann man auch vollumfänglich auskosten. Es ist ein Traum. Es ist super unkompliziert zum Mitnehmen. Alleine durch diesen Tragegriff, der auch noch bei den neueren Versionen, die ihr zu kaufen bekommt, dazu kommen wir aber später mehr, der ist nochmal verstärkt worden. Ich habe meinen jetzt schon ordentlich misshandelt, sagen wir mal so. Hab das Teil auch schon zum Mosi-Event mitgenommen. Dadurch, dass man das tragen kann, ist es natürlich ein komplett anderes Feeling, weil man sozusagen eine To-Go-Shisha hat. Was natürlich mich als Ex-Vapor sehr freut. Aber es ist keine Dampfe. Es ist mein Tabak drin, für den ich mich entschieden habe. Wisst ihr, wie krass das ist? Dadurch ist das natürlich noch unkomplizierter. Gerade, weil hier der Kopf magnetisch ist. Und viele Zubehörteile, die ihr auch im Unboxing gesehen habt, kann man hier einfach dran klicken. Und es ist wirklich all in one to go möglich. Nach elf Minuten haben wir die erste Rauchentwicklung. Und da kann man dreimal auf dieses Knöpfchen drücken und dann wechselt die LED einige weitere Vorteile, zu denen ich gleich komme. Es gab natürlich meinerseits auch Kritik. Zum einen, klar, es ist ein Luxusprodukt. Es soll eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Aber der Deutsche mag es gerne lang. Und da kommt irgendwie das Mundstück und der Schlauch nicht so ganz ran. Auch wenn die Verarbeitung wirklich phänomenal ist und man hier auch alle Teile mit quasi Schliffsystem zusammenstecken kann, auseinanderbauen kann. Und die kann man auch tauschen, wie man will. Aber es ist einfach zu kurz. Das habe ich natürlich direkt angesprochen. Und es war schon längst in Planung, dass eine Verlängerung kommen wird. Sowohl vom Mundstück als auch vom Schlauch. Glasbowl. Ziemlich schwierig für Festivalgänger. Da ist aber auch die Lösung schon parat. Also erstmal, man kann für 9,99 Euro, soweit ich mich erinnern kann, eine neue Bowl holen, falls einem die Glasbowl kaputt geht. Es kommen aber noch Bowls aus, ich meine Acryl. Und die kann man dann ganz entspannt zum Festival mitnehmen. Ohne Probleme. Und da der Akku auch sowieso hinten rausnehmbar ist, hat man auch absolut keine weiteren Probleme unterwegs. Oder beim Reisen, Fliegen. Da geht auf jeden Fall schon eine Menge ab. Ey, ich kann davon nicht genug kriegen, ne? Die ist auch fast daily im Einsatz. Es ist der Wahnsinn. Und auf Autofahrten. Oh. Der nächste Punkt ist Wasserfestigkeit. Ist nicht gegeben. Ist ja auch klar. Also ihr solltet auch jetzt nicht, wie bei allen anderen Modellen auf dem Markt, Wasser von oben durchjagen. Dafür sind ja die Reinigungstools da. Die Bowl allerdings kann man ja auseinanderschrauben. Und dann kann man die ganz entspannt reinigen. Da kommt man auch mit Händen rein. Ich habe ja vorhin dreimal auf den Knopf gedrückt und es hat das grüne Licht geleuchtet. Dreimal dürft ihr raten, wofür dieser Modus zuständig ist. Ich sage mal so, ist es ja letztens was legalisiert worden, ne? Und das kann man natürlich auch damit betreiben. Habe ich jetzt zwar noch nicht probiert. Nach 16 Minuten. Und die Wolken sind jetzt auf 80 Prozent, wie zum Beispiel bei einer normalen Pfeife. Habe ich euch zu viel versprochen? Ich hoffe doch nicht. Übrigens in dem grünen Modus ist sozusagen Dauerbetrieb. Also die Heizelemente feuern wirklich durchgehend. Das ist auch gerne der Modus, den ich so verwende. Aber der normale Modus, wenn wir das Ganze jetzt hier durch dreimal klicken, wieder zurückverwenden, hat sozusagen einen Algorithmus, der immer mal wieder Hitze gibt, um eine bessere Kontrolle zu haben. Muss jeder gucken, was er für sich persönlich am besten findet. In vielen Punkten macht Enzo es besser als die Konkurrenz. Und nicht nur bei den ganzen Punkten, die bei anderen kritisiert werden. Nein, nicht auch am Preis. Wir sind hier, wer hätte es gedacht, bei einem Preis von 420 Euro. Und das Gute ist, die Early Birds können sogar nochmal 50 Euro sparen. Release-Datum ist noch nicht genau festgelegt. Soll am Ende des Monats passieren. Wann jetzt der genaue Start stattfindet und ähnliches. Ich habe euch die Links in die Beschreibung gepackt. Und bleibt auf Instagram auf dem Laufenden. Gebe ich euch natürlich Bescheid, sobald das Ding zum Verkauf verfügbar ist. Und es wird natürlich noch ein weiteres Video kommen, weil das hier war jetzt erstmal mein erster Eindruck. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Und falls ihr Kritikpunkte oder ähnliches habt, alles in die Kommentare. Ich stehe eins zu eins mit den Jungs in Kontakt und kann alles weitergeben. Ich bin wirklich auf euer Feedback gespannt. Und für mich... Wir sehen uns zum nächsten Video oder auf Instagram wieder. Macht's gut, Freunde. Haut rein. Peace.